Was geht, Freunde der Theorien? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Dragon Ball hat heute Morgen wieder etwas auf Facebook bzw. auf Twitter gepostet. Oha, ist das dein Ernst? Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Ich habe lange darüber nachgedacht, ziemlich lange sogar. Entweder heißt das, wir kriegen ein LF Cell, was jetzt nicht ausgeschlossen wäre. Wobei ich finde, es wäre dafür noch zu früh, weil ich denke mal mit einem LF Cell würden wir auch die Cell Babys als Extreme Charaktere kriegen. Deswegen vermute ich mal, also entweder ist es ein LF Cell, der dürfte dann aber auch nicht demnächst kommen. Oder es ist ein Senkai Cell, der hier mit angeteast wird. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie komme ich da drauf? Ich wusste schon, dass du sowas Dummes fragen würdest. Und zwar, unmittelbar bevor wir den Freezer, äh den Freezer, den Vegeta bekommen haben, also den LF, kam dieses Bild hier. Und da wurde halt schon gefragt, welcher Episode Cellensager spielt der am meisten. Und unmittelbar danach kam halt der Vegeta. Wenn man hier drauf guckt, hier ist ja niemand drauf, der jetzt irgendwie relevant wäre. Wobei wir schon mal sagen können, von dem Bild hier haben wir noch einen Vegeta bekommen. Wir kriegen noch einen Nappa. Und Gerüchten zufolge kriegen wir auch einen Krillin. Ja, eine prächtige Idee. Das heißt, hier sind schon mal Charaktere drauf, die demnächst theoretisch kommen können. Weil es könnte nämlich auch sein, dass ein Nappa kommt und vielleicht noch ein neuer Extreme Krillin, der auch nicht nur Cellensager supportet, sondern vielleicht Superkämpfer. Maybe. Vielleicht ein neuer Gohan, der Hybrid supportet oder Son-Familie, weiß man nicht. Oder vielleicht kommt auch ein Goku, der dann als Superkämpfer noch gilt. Alles möglich, wir haben keinerlei Informationen. Aber Fakt ist, wir haben einen Vegeta bekommen, wir haben einen Nappa bekommen. Und zwei davon sind hier drauf. Und angeblich soll es noch ein Krillin werden, das wären schon mal drei von fünf. Also nicht ausgeschlossen. Deswegen bringt mich das hierzu zurück. Wir haben hier halt nur Cell drauf. Und das bedeutet in dem Fall, es könnte halt wie gesagt nach wie vor ein Senkai sein. Es könnte aber auch wie gesagt sein, dass halt ein wirklicher LF Cell kommt. Vielleicht sogar ein Transforming Cell, der von der ersten in die zweite Form geht, wenn er halt einen Charakter besiegt. Und von der zweiten dann in die dritte, wenn er irgendwie Charakter besiegt, ist jetzt nur mal in den Raum geworfen. Also es muss jetzt nichts heißen. Was redet der für ein Müll? Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, wenn der gelbe Cell in Senkai kriegen würde, fände ich gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite noch ein gelber Android, noch ein gelber Region Charakter. Ich sag mal, Android hat jetzt noch nicht so viele. Region hat schon drei. Müsste jetzt nicht unbedingt sein. Der grüne wäre natürlich auch interessant. Wäre ein neuer grüner Region Charakter Senkai. Aber wir haben schon zwei grüne bei Android. Deswegen schwierig da zu sagen. Es könnte natürlich auch sein, dass vielleicht ein neuer Sparking Cell zweite Form kommt. Weil bis auf die Extreme Form, die jetzt eher so meh war, haben wir jetzt da nicht unbedingt was. Und da wäre es ja vielleicht auch interessant, dass der von dieser Form in diese Form geht. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir noch diese Umfrage hier. Was ist euer bevorzugter Kampfstil? Verteidigung, Nahkampf, Fernkampf, Unterstützung? Ich bin ja der Meinung, dass jedes Team etwas davon haben sollte. Und nicht nur Fernangriff, nicht nur Unterstützer, nicht nur Nahkampf. Sondern immer eine gute Mischung zwischen beiden. Ich finde, jedes Team sollte mindestens einen guten Tank haben. Einen guten Verteidiger. Und irgendwie dann ein Mix aus Range und Nahkämpfer. Dementsprechend hier bin ich dann, glaube ich, aber eher so... Ich glaube, das ist wirklich nur eine normale Umfrage. Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Hier sieht man allerdings zwei Charaktere drauf, die noch keinen Senkai haben. Sprich, der Underworld Goku, der übrigens auch das Platine-Equip von dem Bardock tragen kann. Ist mir mal, by the way, aufgefallen. Und der Angel Vegeta. Der Angel Vegeta ist noch zu neu, würde ich sagen. Also dem jetzt schon ein Senkai zu geben, wäre sinnfrei. Allerdings, man kann jetzt hier auch nicht genau sagen, weil ist Piccolo... Ist der Piccolo ein Tank? Ich bin mir gar nicht sicher. Ne, der ist... Doch, der müsste der Tank sein. Unterstützertyp. Hier ist Range, hier ist Nahkampf. Theoretisch, wenn wir nur von dem Bild ausgehen. Es ist halt nur mal der Charakter, der quasi Majin Vegeta war. Könnte vielleicht auch was in die Richtung gehen. Der Rote vielleicht, der Blaue als nächstes. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das für möglich haltet. Weil die beiden haben halt schon Senkai. Ich frage mich halt speziell, warum die ausgewählt wurden. Man hätte ja jetzt zum Beispiel auch LF Gogeta nehmen können als Verteidiger. Ich sag jetzt mal... Was könnte man als... Ferneres Typ hätte man zum Beispiel God Goku nehmen können. Also den Super Saiyan Blue Goku. Und als Nahkämpfer... Was haben wir denn als Nahkämpfer? God Vegeta oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich frage mich halt, warum halt explizit zwei Senkais genommen wurden. Zwei Nicht-Senkais. Und halt auch noch welche, die relativ alt sind im Verhältnis. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe jetzt einfach nur mal Theorien rausgehauen. Ich will ein bisschen Diskussionsstoff in den Kommentaren und auch im Discord geben. Von meiner Seite aus war es das erstmal. Achso, by the way, nochmal eine kleine Anmerkung. Der hier würde Son von mir auch buffen. Wäre vielleicht, was das angeht, auch interessant. Weil wir haben ja im Moment nur den Super Saiyan 3 Goku, der halt in irgendeiner Form, was das angeht, bufft. Nochmal eine Anmerkung dazu. Aber jetzt war es das auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Theorisiert. Theorisiert, gibt es das Wort überhaupt? Bisschen unten in den Kommentaren mit. Und ich sag dann, bis dann und ciao. Ich geh dann mal. Also Wiedersehen und danke für alles. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt, kriegt deine Kraft zu spüren. In dir brennt ein Feuer, die Power der Dragon Ball. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020